Ja, hier ist sie nun, die Raumstation Obsidian Orbital, das Ergebnis des Community Goals Among the Stars. Viel Spaß bei den schönen Bildern. And here it is, Obsidian Orbital in the Maya System, the result of the Community Goal Among the Stars. Enjoy the view. Unde Untertitelung des ZDF, 2020 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 The Ant Hill Mall. Nice.